ja hallo leute hier wieder euer toso mit let's play enslaved more info wir haben da ein paar orbs vergessen das letzte mal und da gibt es auch noch eine elegantere lösung die jungs auszuschalten also starten wir mal durch und beim hintergrund hören wir ja wenn wohl unseren odi der will da rein und uns vernaschen aber ich glaube da geht es um einen tricker den wir dann schlussendlich auslösen werden aber bei diesem video geht es eigentlich nur darum dass es von hier wahrscheinlich leichter ist die jungs zu erledigen da haben wir auch noch einen und da hinten noch einen ganzen haufen leute was ich da alles übersehen okie dokie dann weil nämlich dieser kleine hat einen fehler und den sollten wir gleich am anfang ausschalten also das machen wir dann auch gleich von wegen wo ist wo ist wo ist Verstärkung ist immer gut. Und die haben uns ja wirklich weniger vermöbelt. Jetzt brauchst du diese Energiezelle da.